Unsere Little Boys sind perfekt für unterwegs und in drei verschiedenen Größen erhältlich. Die Little Boys haben einen flüssigkeitsdichten Deckel. Das heißt, ich kann mir Snacks mitnehmen, Salate oder auch Getränke, einen Dip und Gemüse-Sticks, was auch immer. Die Deckel sind kompatibel, das heißt, man kann sie kombinieren. Die Größe, unser kleinster, hat eine Füllmenge von 325 Milliliter und kann ganz einfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Die nächste Größe hat im Deckel eine Öffnung für unseren Tapperware EcoStraw. Auch die kann ich super verschließen und so transportieren. Und der allergrößte hatte das ganz Besondere, das 825 Milliliter für Länge und im Deckel zusätzlich noch ein Behälter versteckt. Das heißt, ich habe zum Beispiel unten meinen Joghurt, meinen Müsli, meine Früchte und im oberen Bereich meine Nüsse oder meine Cerealien zum Drüberstreuen. Also, einfach perfekt für unterwegs, zum Mitnehmen und für jeden ist die richtige Größe mit dabei.